Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Bevor wir hier loslegen, sehe ich ganz in der Ferne hier noch drei lila Münzen, die ich mir noch schnell gönnen werde. Und dann werden wir nochmal nach hinten gehen und sogar gerade hier zur Sphinx, weil hier irgendwas zu sein scheint. Ich glaube, das mache ich jetzt schnell. Die kann man sogar ansprechen. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Einen Ring natürlich. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Tja, okay. Hat ein Geheimgang wahrscheinlich erstmal gesperrt. Aber jetzt können wir hindurch. Mmmh, Moneyfloor. Das ist das ganze YouTube-Money. Für Geldgeile passend, auf jeden Fall. Und ein Mond. Auch sogar dabei. Ja wunderbar. Die Schatzkammer der Sphinx. Ja, nice. Ja. Auf jeden Fall Gönnung, auf jeden Fall. Klar. Jetzt will ich auf jeden Fall hier hoch. Noch so einen kleinen Gecko nebenbei. Nee, nicht in Treibsand, ne, wenn's geht. Hä, geht nicht oder was? Warte mal, dann müssen wir's mal anders machen, wenn das geht. Ja, okay, gut. Drei Sprung geht nicht? Lass mal das mit dem Simmelsimmer regeln. Hä, was ist denn los? Ich hab keinen Bock drauf oder was? Nein, gerade wenn's geht. Hä? Hä, verarsche? Ach, komm schon. Ja, als... Warte mal, dann muss ich's irgendwie anders versuchen. Ja, richtig schön skillig anstellen hier. Ja, geil. Aber sonst war jetzt hier nichts, oder? Beziehungsweise, sonst seh ich jetzt auch nichts weiterhin. Nö. Ja, da kann ich ja wieder nach unten, ne. Ja, cool. Waren das jetzt schon ungefähr, schon die Hälfte, die ich jetzt schon hab? Das weiß ich grad gar nicht. Warte mal, ich will nochmal kurz nachschauen. 43, wir haben 20 Monde, eineinhalb 43 von diesen Münzen. Okay. Ach, da könnte ich sogar nochmal nach vorne, um, ähm, ähm, na, um in diesen Stickern nochmal zu holen. Ne, das kann ich ja dann, dann zum Schluss machen, weil, wenn das hier komplett vorbei ist oder so, dann müssen wir sowieso wieder zurück, als wir von daher. Das mach ich dann zum Schluss, wenn wir dann mit der Welt fertig sind. Ähm, ja, ganz hinten war noch was gewesen. Dann müsste ich nochmal gerne hin. Ja, genau hier hin. Hier, genau hier nach hinten. Ah, ich werd mal ein bisschen schütteln. So, geht's auch irgendwie sogar recht leicht. Und das sehen wir hier am Rutzell-Ebene Nordwest lagen. Okay. Einfach mal rein da. Ach, hier auch wieder sowas kleines. Hier ist so ein kleiner Rätsel wahrscheinlich. Okay. Ja, komm nochmal. Gib nochmal her. Okay. Ach, mit Licht, weil es auch etwas dunkel ist. Achso, hier können wir einfach wieder raus. Kein Thema. Wahrscheinlich müssen wir erstmal nur so lange durch. Wow. So lange durch. Ah ne, hier hätt ich auch hin können. Hingekonnt. Kann ich nochmal irgendwie versuchen zurück zu gehen. Ich versuche auch etwas schnell zu sein. Wow. Das war knapp. Komm, noch ein Versuch. Ja, kein Ding auf jeden Fall hier. Knapp die Hälfte haben wir ja schon mal. Ist auch recht gut. Komm, ich will die Münzen haben. Komm. Nochmal. War es das jetzt schon? Ah ne, ich dachte schon. Dauert nur ein bisschen. Nein, was mach ich? Nein. Das hätte es nicht unbedingt sein müssen. Oh, war das lappenhaft, ey. Okay, dann halt noch ein Versuch. Kein Ding. Hahaha. Echt? Hahaha. Echt? Hahaha. Jetzt geht's fällenlos. Hahaha. Na okay, dann halt nicht so schnell. Naja, wobei ein bisschen. Hier, komm. So ein bisschen Boost. So. Jetzt mal auf den anderen Google Willy warten. So und jetzt etwas langsam hindurch. Oh ne, mal gleich den nächsten hier. Das geht doch etwas schneller. Mach ich jetzt einfach mal. Okay, hat sogar noch grad noch so gepasst. Nehmen wir gleich den nächsten. Habe ich jetzt wegen dieser Kamera-Perspektive jetzt nicht so sehen können. Der wäre sogar fast am Arsch gewesen. Das ist halt nur für die Grenze Zeit, deswegen. Ich hoffe, dass die Passage jetzt nicht so lang ist. Okay. Stimmt, wartet hier ein Mond. Ich wollte es gerade sagen, ne? Gut. Mitten durch das Kugel-Willi-Labyrinth. Ja, auch geil, ne? Richtig nice. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von den Monden, ey. Grad mal ein Viertel oder so. Ah, hier ist wieder nur eine Coin. Äh, ja. Hä, ist hier ein Hindereingang oder was? Gehen wir uns auch mal hier die Münzen. Ich geh mal hier nach unten. Ach, ich sehe noch mal ein paar von diesen lilanen Münzen. Okay, gut. Dann passt das ja schon. Dann können wir ja zu dieser komischen Pyramide hier gehen. Na, komm. Ich bin mal gespannt, was da drin ist, so abgehen wird. Warum sind die Schafe jetzt wieder so draußen? Ach so. Ist zwar gespeichert, aber okay, das zählt sowieso nicht mehr. Ja, wobei, dafür bekommen wir ein paar Münzen. Und es lohnt sich eigentlich auch sogar. So. So, was hast du es sozusagen? Wir kommen in der Prozelle Ebene. Bist du hier zu Besuch? Du weißt, wie die Einladung funktioniert. Ja, das weiß ich schon. Ich bin ja so erleichtert. Ja, ich will es auch hoffen. Das Brautpaar Bowser & Peach ist dort hineingegangen. Ich glaube, der hat es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen. Ja, vielleicht, eventuell werden wir es sogar noch verhindern. Treten wir nun in die Pyramide ein. Im Inneren der Kopfstand-Pyramide. Ach, ist auch noch mal wie so ein allgemein großes Level. Alter. Ey, sieht richtig geil aus. Sieht einfach nur richtig nice aus. Aber müssen wir uns auch etwas beeilen hier wahrscheinlich. Mal bei. Lassen wir das kurz dabei. Sollen sie es jetzt hier nicht so weiteres für den Anfang, ne? Ich hätte gedacht, der wäre jetzt ein Mond, aber es ist irgendwas anderes. Fängt der ganze Spaß hier an. Auf jeden Fall da, wo die Rolle reinwenden, ist ja klar. Ein bisschen gucken, ne? Natürlich verändert sich auch wieder die Musik. Ein 8-Bit-Stil natürlich. Muss es ja sein. Ach so, okay. Also, haben wir einmal unten und oben quasi, oder wie? Wir verändern die... Wir verändern die Physik ein bisschen. Ja, geht ja klar, ne? Ist auch mal was... Ah, hier darf man nicht runterfallen. Ah, okay. Ich glaube, das war jetzt etwas schwieriger. Mach keinen Scheiß. Hey, ich wollte aber hier an dem Block... Okay, das war's auch schon. Ne, da geht's lieber zur anderen Seite wieder. So, jetzt. Gut. Ne, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ne, komm, egal. Passt schon. Passt schon. Und jetzt sind wir wieder hier. War ja nur ganz kurz gewesen. Ach so, jetzt bleiben wir aber so auf dieser komischen Seite. Nein! Warum habe ich jetzt wieder nur drei Leben und nicht sechs? Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich hatte doch noch sechs Stücke doch noch gehabt, oder nicht? Boah. Ah, ne. Scheiß auf die Gumbas. Komm, einfach mal drüber springen. Ah, hier könnte noch was sein. Hier ist noch eine Lücke offen. Das sind aber nur Münzen. Ne, ist gerade ein Mond. Nice. Mysteriöse Kopfstandwandmalerei. Schick, schick. Sonst ist es ja nichts. Nö, da kommen wir ja... Da können wir ja wieder zurück. Zur Röhre rein. Ne, in die Gegengesetzte Richtung. Boah. Das hat mich jetzt schon etwas überrascht. Aber nur ein bisschen. Ah, die kennen hier quasi hier und so als normale zurück. Ja, auch schick, ne. Aber so wie das aussieht, können wir das auf jeden Fall aufbrechen. Achso, um natürlich weiterzukommen, ist halt ein ganz normaler Weg. Okay, auf jeden Fall können wir auch hier hindurch. Dann machen wir es erstmal kaputt. Und ich habe es gar was gebracht. Jetzt bekommen wir wieder sechs Herzen. Um natürlich mehr auszuhalten. Ist meistens halt nur sowas für Bosskämpfe. Ah, hier brauchen wir mal wieder so einen Kugel wie Lieder. Ne, 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 ne. Komm. Komm her. Dankeschön. Ein bisschen mehr Speed hier. Passt. Okay. Sonst ist jetzt kein Mond hier mehr zu spüren, oder was? Oder wie sieht's aus? Ja, einfach mal alle Kakteen einfach mal freimachen. So genau kann ich mich jetzt auch nicht umsehen. Ne, doch, vorbei. Wie ist es aber auch gar nichts, oder? Oder wäre das jetzt ne... Naja, jetzt ist es ja sowieso zu spät, aber... Wäre da eventuell was gewesen? Soll ich es noch ausprobieren, ey? Ich weiß nicht, dass wir dann so schief gehen. Es wird so schief gehen. Ich will es eigentlich nicht austesten, aber irgendwie interessiert mich das schon. Also, ob da was ist oder so. Ah, ich weiß nicht. Ich will es nicht riskieren, ey. Okay. Ne, komm. Gehen wir erstmal hindurch. Und so wie es aussieht, haben wir es schon geschafft fürs Erste. Jetzt sind wir nun im oberen Bereich. Ja, oh ja. Wir können ja drumherum irgendwie nochmal nachschauen, ob hier irgendwas ist. Am besten alles Umsuche. Es kann ja immer noch was sein. Na, Münzen zum Beispiel. Hier ist der einzige Punkt, an dem keine Statue steht. Ja, stimmt. Ah, da unten ist ne Münze. Komm ich da rein, einfach einen Wandsprung ausführen oder was? Ja, das ist diese... Ach, Münze. Was labere ich? Mond. Ey. Was labere ich, ey. Gut, ja, Tatsache. Ah, hat das damit was zu tun, dass wir die eine freikaufen müssen in dem Crazy Cap lagen? Hat das damit was zu tun, zufällig? Ich denke mal ja. Hier sind nur ein paar... Ne, aber wir können ja die Cappy draubschmeißen. Gönnen. Hat aber nichts gebracht. Gibt nur irgendeinen komischen Sound von sich ab. Warum auch immer. Okay. Okay. Nur irgendeine Münze? Auch nur ne Münze? Ah, hier sind nochmal drei von diesen lilanen Münzen. Gönnen auf jeden Fall, klar. Ja. 55 haben wir schon davon. Schon etwas knapp über der Hälfte auf jeden Fall. Und diese Schiffsgeräusche, ne? Na gut, also scheint es ja gar nicht mehr so viel zu geben, ne? Naja, gut. Und weil ich jetzt nicht weiß, wie lange... Es wird auf jeden Fall jetzt irgendeinen Bossfight geben. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauche, ob der leicht ist, ob der schwer ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Deswegen würde ich sagen, ich will auch nicht so lange aufnehmen, dass wir so ideale 15 Minuten immer so um den Dreh. Es passt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Partie in Super Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal und tschau Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.